Jetzt ist er dran. Der schlupft da in das Loch. Heben. Martin. Nicht zu wackeln. Wieso ist er jetzt da oben? Ach so. Ja. Da war doch unter einer gerade. Das sind zwei. Der ist weggeflogen. Und da oben ist er? Ist der ganz drin? Ich krieg langsam schwere Arm. Der kommt gar nicht mehr raus. Martin. Dann machen wir das. Ja. 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 Ja.